Bödel habt ihr hier, ja? Sieht nicht bis Bödel, ja? Meine lieben Berliner, Berliner, Bödel? Ja, lachen wir mal hier rein. Ha, ha, ha! Hier ein Bödelzettel. Der Geist der Medizin ist leicht zu fassen. Er durchtuniert die große und kleine Welt, um es am Ende gehen zu lassen, wie es Gott gefällt. Genau, teurer Freund, ist alle Theorie, doch Rüben des Lebens goldener Baum. Wer macht die Frisur? Meine Ex-Freundin. Das hat sie früher schon manchmal gemacht und jetzt immer noch. Ist die vom Fach? Nee, ist eigentlich Tirschnurbel. Und wie lange dauert das, so eine Frisur? Na, kommt drauf an. Letztes Mal hatten wir Probleme, weil die Blondierung zu alt war, aber es muss man halt blondieren und dann auswaschen, dann färben mit dem Pinsel und halt immer warten, bis es wieder trocken ist. Wer hat sich das einfallen lassen? Das ist eigentlich ganz old school. Das hatten schon so Punker vor 20 Jahren teilweise. 2. 4 4 5 5 S.O.S. Send it out on S.O.S.